Neu, jetzt noch stärker, Persil Megaperls Color. Wegen der Farben wasch ich Buntes sowieso bei 40 Grad. Aber bekomm ich dabei auch solche Heidelbeerflecken raus? Ja, mit den neuen Colorperlen von Persil. Persil Megaperls Color ist jetzt kraftverstärkt. In den Perlen steckt schon ab 40 Grad mehr Kraft, als in manchen Colorpulvern bei 60. So sauber wie noch nie und die Farben leuchten wie am ersten Tag. Persil Megaperls Color, noch stärker, schon ab 40 Grad. Bis zum nächsten Mal.